Herzlich Willkommen heute beim Autotest bei Bottles, Bikes & Cars und hier neben mir Roman, der Experte. Was haben wir heute am Start? Heute haben wir einen Audi R8 V10 Spyder. Ja und da kann man hinten die Scheibe aufmachen, damit man den Motor besser hört und jetzt geht die Scheibe runter. So und jetzt fahren wir mal gemütlich los. Sehr ruhiges, beginnendes Gleiten hier im Stadtbereich, wieder 30er Zone. Geschätzte Highspeed denke ich mal 320, so was könnte heute Abend noch gehen. Jetzt machen wir gleich mal den Sprint Test. So, jetzt geht es richtig los hier. Leicht feuchte Strecke. Der Allrad aber natürlich knallhart hier im Grim. Der Packt ist und rausziehen. Ja, haben wir. Nass und Laub, das macht dem Allrad mehr oder weniger nichts aus. Ah, das Schikane schlägt euch hier. Schönen Bremspunkter wischen. Ah, da greifen die Eisen. Und jetzt geht es hoch in die erste Schikane hier. Ah, graf total. Ich hänge hier gut mit der Kamera. Und da sind wir am Start. So und jetzt hier. Gute Zwischenzeit für Roman Haberbier. Der hängt hier ganz professionell in der S-Kurve und Gegenverkehr. Jetzt mal haben wir aufgepasst. Und daraus beschleunigen. Und das sind wir im Zähneinlauf. Das ist eine schöne 10.9 hier am Rutschdaufenring. Das war ein Versuch jetzt die neue Rekordzeit hier zu toppen. Ich schalte zurück ins Studio. Thank you very much, audience. Schauen Sie doch ein, wenn es heißt Sportergebnisse im V10-Bereich. Bis bald.